Wir sind die Schülerfirma Medien und Büro SRG. Unsere Schülerfirma macht sehr verschiedene Sachen und entwickelt sich immer weiter. Wir haben verschiedene Produkte, darunter unseren Cube, der aus Maisstärke besteht. Es ist ein nachhaltig abbaubarer Produkt. Es ist sehr praktisch für den Bürobedarf zum Beispiel, weil man hier unten sein Handy laden könnte und oben Stifte oder weitere Sachen mit reintun könnte. Aus dem Restfilament von diesen Cubes stellen wir unsere Schlüsselanhänger her, die wir auch sehr gerne auf Messen verteilen oder vielleicht auch die praktische Variante. Das ist so ein kleiner Einkaufsschip, ebenfalls als Schlüsselanhänger. Und der wird ebenfalls aus dem gleichen Material von Restprodukten der Filament der großen Cubes hergestellt. Wir haben eine Website, an der wir natürlich stetig arbeiten und sie verbessern, immer mit unseren neuesten Produkten sozusagen anfüttern, dass man sofort immer weiß, was wir alles wirklich tun, damit alle Leute wissen, dass wir da sind und dass man bei uns halt wie gesagt auch Bürozubehör bekommt.